Das tritt momentan richtig am Rat. Wir haben schon wieder eine neue Kollektion rausgebracht und dieses Mal gibt es sogar Eis. Essence, beruhigt euch mal und kommt mal ein bisschen runter. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend es ist, jedes Mal in die Stadt rennen zu müssen, um die neue Kollektion überhaupt noch zu bekommen? Zum Glück habe ich mich aber beeilt und deswegen habe ich alles da. Fast alles. Und ich habe sogar dieses mega süße Eis hier. Ich fange aber erstmal an mit diesem Eis-Lip Scrub hier. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt auch nach Eis schmeckt. Boah, es riecht so gut. Es ist auf jeden Fall so rot und da sind sogar solche kleinen Stücke drin. Ich gehe jetzt einfach mit meinem Finger da rein, nehme mir ein bisschen raus und jetzt einfach auf die Lippen und irgendwie so reiben. Fühlt sich auf jeden Fall ziemlich gut an. Und es schmeckt gut. Ich nehme das jetzt wieder ab und meine Lippen sind jetzt richtig weich. Jetzt kommen wir aber zu diesem Eis hier. Das sieht so genial aus. Ich möchte das hier noch in ganz vielen verschiedenen Farben haben. Das ist übrigens ein Lip Balm. Riecht wieder fantastisch lecker. Und den trage ich einfach auf. Okay, der ist wieder richtig weich. Schmeckt tatsächlich nicht so nach Eiscreme. Mein Fazit, meine Lippen sehen richtig gut aus und ich liebe diese Eiscreme. Es gibt noch zwei weitere Lip Creams und einen Eishighlighter. Sollen wir den einfach im nächsten Teil ausprobieren? Alsoellen wir den einfach. S-Einne